Ich bin der Markus, ich grüße euch. Es ist März 2020 und es gibt in diesem Video wieder zwei Stellplatz-Empfehlungen für Norwegen. Ich war im letzten Jahr, im Sommer 2019, in Norwegen und wir fangen mit dem etwas unspektakuläreren Platz an. Wir schauen mal im Überblick, wo dieser Platz liegt. Etwa 200 Kilometer Luftlinien nördlich von Bergen. Wenn ihr mit dem Auto von Bergen zu diesem Platz fahrt, dann ist der Weg etwas weiter. Ihr müsst schnell gucken. Google sagt 366 Kilometer, also 200 Kilometer Luftlinie und 366 Kilometer Strecke, die ihr fahren müsst. Also es gibt offensichtlich nicht so einen richtig direkten Weg dorthin. Das ist aber in Norwegen oft so. So und jetzt zoomen wir mal noch ein bisschen weiter rein und noch ein bisschen weiter rein und dann seht ihr so südlich dieses Platzes, dieses roten Punktes verläuft die Straße 653. Und nein, sie geht nicht übers Wasser, sondern sie geht unter dem Wasser durch. Es ist nämlich ein Tunnel dort und zwar der Eichsund-Tunnel. In meinem Tunnel-Video habe ich davon erzählt, 7,7 Kilometer lang. Aber das Besondere an dem Tunnel ist nicht die Länge, sondern die Tiefe 287 Meter unter normalen Null. Es ist der tiefste Straßentunnel der Welt. Die steilste Steigung im Tunnel sind fast 10 Prozent, 9,6. Und ihr fahrt im Grunde so da rein und dann unten, Achtung, Obacht, Blitzer. Und dann geht es so wieder hoch. Und der Tunnel ist abbezahlt, mittlerweile mautfrei. Wenn euch das Maut-System in Norwegen interessiert, habe ich auch mal ein Maut-Video gemacht. Da erkläre ich das, wie die Norweger das machen. Das ist nämlich eigentlich sehr, sehr gut den Menschen zu erklären, warum an manchen Stellen Maut fällig wird und wann sie denn nicht mehr fällig wird. Ja, und vorher gab es eben, als es den Tunnel noch nicht gab, Fähren. Und das ist so ein alter, kleiner Fähranleger. Wenn wir uns jetzt mal das Satellitenbild anschauen. Und, also, es ist ein guter Platz für eine Nacht, sage ich mal. Es ist jetzt nicht der Platz fürs Leben. Und es ist jetzt auch nicht der idyllischste Platz überhaupt. Aber ihr könnt da so ein bisschen auf den See schauen und Fjord, Fjord, wahrscheinlich ist es ein Fjord, auf den Fjord schauen und ihr steht da sehr, sehr ruhig, weil es eben Sackgasse ist. Da geht es nicht weiter. Also diese Straße führt nur auf diesen Fähranleger hin und sonst nichts. Und manchmal verhalten da auch Bötchen. Abends hat ein Bötchen da gehalten. Und morgens, als wir aufgewacht sind, da war so ein großes, ja, mit so einem großen Kran. Also das sah halt so aus, als wäre das quasi so ein Frachtboot, wo man so Stückgut mit ab- und aufladen kann. Und, ja, aber das hat jetzt auch nicht weiter gestört. Und die haben sich auch nicht an uns gestört. Also alles super. Es war ein bisschen windig an der Stelle, aber, ja, wie gesagt, okay. Ein Platz für eine Nacht. Direkt am Wasser. Ich finde das ja immer eigentlich so am schönsten, wenn es irgendwie am Wasser ist. Und, ja, vielleicht habt ihr Lust. Koordinaten stehen unten drin. So, und jetzt, wie gesagt, idyllisch ist es nicht. Idylle geht anders. Und wie Idylle gehen kann, das zeige ich euch jetzt. Der zweite Platz liegt dort. Das ist etwa 100 Kilometer Luftlinie nördlich von Bergen und 100 Kilometer südlich von Orlesund. Wir können da noch ein bisschen reinzoomen. Und das war so ein schöner Platz. Ein Traumplatz. Wirklich. Das ist so ein Fall. Ich hatte es in meinem allerersten Stellplatzvideo erzählt. Das ist halt, ja, in Norwegen viel Wasserkraft und Kraftwerke und Staubauwerke gibt. Und da gibt es eben oft Wartungswege hin. Und das ist genau so ein Fall. Auch eine Sackgasse, also dieser Weg, führt auf dieses Kraftwerk zu. Wenn ich jetzt nochmal dieses Satellitenbild zeige, also da haben wir gestanden. Dort ist ein Gebäude, also da gab es ein großes, sehr großes Tor. Da wird wohl irgendein Fahrzeug hinter stehen, vielleicht ein Schneeflug. Das konnten wir nicht sehen. Es gab dann noch so einen Glaskasten. Da konnte man sehen, dass das so eine Kaffeeküche war. Ein Tisch mit sechs Stühlen, glaube ich. Und halt so ein bisschen, ne, so eine kleine Küche. Wir haben da tatsächlich am Wochenende gestanden. Von Freitag auf Samstag, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Oder von Samstag auf Sonntag. Also auf jeden Fall an einem Wochenende. Da war niemand dort. Also kein anderes, weiteres Auto, was da gekämmt hat. Und auch niemand von diesen Arbeitern. Ich kann mir aber auch ehrlich gesagt nur schwer vorstellen, dass da unter der Woche jeden Tag Betrieb ist. Also ich weiß es nicht. Ein bisschen weiter rechts, was im Geografie-Fachjargon der Osten ist, seht ihr dieses Sprusselige. Also da strömt wohl dieses Wasser raus, was halt von der Turbine kommt. Also es ist quasi, wenn ihr den See im Rücken habt, dann steht ihr vor einer sehr, sehr hohen Wand. Und es gibt wohl einen oberen See, von dem aus dieses Wasser in diesen unteren See strömt. Und dabei wird eben der Strom erzeugt. So, ja, es strömt. Das heißt, es macht auch ein bisschen Geräusch. Also so ein, es war mehr ein Brummen als ein Rauschen. Aber, also mich persönlich hat es überhaupt gar nicht gestört. Und es ist auch nicht so, so sonderlich laut. Wenn ihr allerdings den Eindruck habt, dass das nicht geht, am Rande dieser Straße, die quasi dorthin führt, gibt es nochmal so Parkbuchten. Dann könntet ihr euch auch, also was heißt Parkbuchten, sind das nicht, sind halt Ausweichstellen. Dann könntet ihr euch vielleicht an so eine Stelle stellen und dann seid ihr weiter weg von diesem Kraftwerk. Aber wie gesagt, das war, also mich hat es nicht gestört. Aber vielleicht bin ich da auch zu unempfindlich. Ja, und das war so schön. Also da konntet ihr euch super gut frisch machen. Da war auch noch so ein kleines flacheres Becken und das war einfach wirklich schön. Und es geht sehr steil runter. Also ich bin so ein paar Schritte ins Wasser gegangen und es ging so langsam. Und auf einmal machte es so Flop und dann stand ich bis zum Dings. Also ab da geht es dann wohl doch sehr steil runter. Also wenn ihr nicht schwimmen könnt oder, keine Ahnung, Kinder dabei habt, die noch nicht schwimmen können, dann lasst die da nicht am Rand reingehen und auf einmal macht es dann so Flop und dann sind sie weg. Also vorsichtig. Und wenn ihr euch im Wasser wascht, dann bitte, bitte, also überhaupt nie nicht irgendwelche Seife nehmen und sei sie noch so ökologisch. Ich habe es im letzten Video ja auch schon gesagt, es gibt diese Wascherde. Ich verlinke sie euch unten auch nochmal. Und damit könnt ihr auch euch in Gewässern waschen. Ja, und wenn ihr so diese Bilder seht, das ist einfach, einfach schön. Einen Fisch haben wir nicht gefangen, aber es gab trotzdem Leckeressen. Man konnte da wirklich gut stehen und gut kochen und absolute Ruhe bis auf das Brummen. Keine Menschenseele zu sehen und Blick auf diesen See und auf der anderen Seite geht so ein Hügelchen wieder hoch. Und ja, es war toll. Es war einfach wirklich richtig toll. Gut. Fahrt da mal hin. Ich empfehle es euch. Koordinaten sind unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne die Fragen in die Kommentare. Im nächsten Video gibt es zwei weitere Plätze in Norwegen. Das war es für den Moment. Ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020